yo 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 wieder ein neues video von mir diesmal mal wieder nicht über gta san andreas und zwar wird das video so eine art gelaber sein warum ich zum beispiel keine videos mehr über gta san andreas mache beziehungsweise daran dass ich einfach keinen bock mehr habe irgendwie ich weiß nicht macht nicht mehr so viel spaß wenn man lange ein spiel spielt irgendwann ist der spaß ja auch mal weg also dann einfach nicht mehr und vor dem vor der zeit wo die videos gemacht habe da habe ich ja auch schon noch mal zwei jahre sam gezockt auf dem live server ab und zu mal dm server und dann danach habe ich erst ein paar videos mal gemacht und dabei auch über gta san andreas also immer gta 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 ja nun und jetzt ist das ein bisschen langweilig geworden und bockt einfach nicht mehr an stattdessen schraube ich lieber so ein bisschen an den roller rum ja das bockt viel mehr ein bisschen rumheizen basteln na das bockt das bockt richtig in letzter zeit haut euch das mal rein hier ich bin auf dem betriebsgelände schön ruhig hier kann man immer einige sachen testen am roller aber haut da haben die angestellten hier wohl schuhe und hose ausgestopfen der mit der erde hier ohne jacke auch noch und dann ein auf leiche gemacht heftig ja wie gesagt ich werde mal schauen was ich so in der nächsten zeit an videos mache kommt immer darauf an was gerade so los ist also eher so gemischte sachen eventuell auch ab und zu mal über gta aber wie gesagt also ich glaube nicht dass der spaß da noch mal neu erweckt wird sag ich mal ich werde mal schauen alles klar das wollte ich nur mal gesagt haben wenn es interessiert wenn es nicht interessiert mehr auch laden logisch alles klar danke fürs zuschauen und haut da rein